Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem weiteren Tutorial über meinen Workflow. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Texturen und Overlays in euer Bild einbauen könnt. Zum Beispiel kleine Äste, einen Sonnenstrahl, ein wenig fliegende Blätter. Das ist eigentlich sehr einfach und damit ihr einmal wisst, woher ich diese Dinge habe, ich kaufe diese Texturen und Overlays sehr gerne bei Taidu. Das sind super schöne Pakete mit sehr viel Auswahl und sie sind immer sehr leicht in die Bilder einzuarbeiten. So, und jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr das machen könnt. Ich habe hier schon einen Ordner erstellt, wo ich mir die Bilder rausgesucht habe. Genau, hier seht ihr das. Na, jetzt will es gerade nicht. So, genau. Ich habe mir einmal die Äste ausgesucht, ein paar fliegende Blätter und einen Sonnenstrahl. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem Sonnenstrahl. Ich nehme die Datei und ziehe die einfach auf mein Foto. Das macht wiederum natürlich auch jeder anders. Für mich ist das eine sehr einfache Methode und ich mag das sehr gerne. Dann positioniere ich mir den Sonnenstrahl. Ich achte auch immer darauf, dass er schon etwas über die Kante geht, weil auch später diese Kante wir auf jeden Fall ausmaskieren müssen. So, dann setze ich das Bild im Ebenenmodus auf Negativ multiplizieren. Da wir jetzt einen schwarzen Hintergrund haben, gehen wir auf Negativ multiplizieren. Wenn wir einen hellen Hintergrund haben, gehen wir auf Multiplizieren. So, und schon seht ihr, das Schwarze ist verschwunden und nur noch der Sonnenstrahl bleibt. Jetzt möchte ich gerne das noch etwas höher setzen. So, fände ich das schon sehr schön. Achtet natürlich auch darauf, gerade bei der Sonne, wo ihr Licht und Schatten gesetzt habt, dass das dann natürlich auch passt. Dann bestätige ich das Ganze. Und nun seht ihr schon, hier unten hat sich die Kante von der Bilddatei abgesetzt. Die möchten wir jetzt natürlich ausmaskieren, damit wir später keine Kanten im Foto haben. Dazu drücken wir das Maskensymbol. Wählen die Vordergrundfarbe schwarz. Die Deckkraft muss nicht unbedingt bei 100% liegen. Lieber ein bisschen weniger nehmen und dann vielleicht öfter drüber gehen, dann ist der Übergang nicht ganz so hart. Ich nehme jetzt mal 38%. Und ihr seht schon, mit ein paar Klicks verschwindet die Linie komplett. Somit hätten wir schon mal das Licht eingefügt. Jetzt möchte ich natürlich noch ein paar Blätter einfügen. Dazu gehe ich erneut auf den Ordner, auf die Blümchen und lege die da drüber. Und ihr seht schon, dadurch, dass dieses Overlay keine Hintergrundfarbe hat, ist nichts, könnt ihr die Ebene quasi auf normal lassen. Also ihr müsst sie nicht multiplizieren oder negativ multiplizieren. So und dann müssen wir jetzt gucken, wie möchte ich denn, dass die Blätter fliegen. Mir gefällt das eigentlich schon sehr gut. Nochmal drehen. Immer ein bisschen schauen, wie euch das am besten passt. So finde ich es schon nicht schlecht. Dann bestätigen wir das Ganze wieder. Und ihr seht, wir haben wieder hier unten eine Kante und hier oben. Das heißt, wir müssen wieder ausmaskieren. Hier gibt es Masken-Symbol. Vordergrundfarbe schwarz. Pinsel. Der Kraft lasse ich bei 38%. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass ihr ausmaskiert, dass ihr später wirklich keine Kanten im Foto habt. Das war die obere Kante. Jetzt möchte ich natürlich auch noch die untere Kante weg, was hier auch hier, das Blatt auf der Haut, gefällt mir nicht ganz so gut. So. Vielleicht möchte ich auch, dass dieses Blatt, dieses Blatt ist mir auch etwas zu viel. So. Jetzt möchte ich natürlich, dass die Blätter nicht unbedingt blau sind. Ich möchte später, wenn ich die Farben anpasse, mehr so in die orange-rosa Richtung. Und deswegen werde ich auch die Blätter dementsprechend jetzt ein bisschen einfärben. Normalerweise, oder viele, machen natürlich erst den Bildlook und legen dann die Overlays und Texturen drüber. Ich mache das genau andersrum, da mein Farblook erst in Lightroom entsteht. So, jetzt zeige ich euch einmal noch, wie ihr die Farben verändern könnt. Und dazu geht ihr hier unten auf Farbton und Sättigung. Da öffnet sich dann dieses Fenster. Hier könnt ihr Farben verschieben, die Sättigung regulieren und die Helligkeit. Dann geht ihr auf Färben. Jetzt färbt sich erst einmal das ganze Foto. Allerdings könnt ihr hier unten, wenn ihr dieses Symbol aktiviert, sagen, okay, ich möchte, dass sich diese Farbe nur auf die Ebene da drunter zieht. Und ihr seht schon, jetzt haben sich nur die Blätter eingefärbt. Und damit ihr das besser erkennen könnt, schraube ich die Sättigung jetzt mal etwas höher. Und ihr seht, ihr könnt euch nun wunderbar eine Farbe aussuchen. Grün ist auch sehr schön. Vielleicht passe ich die Blätterfarbe jetzt auch dem Hintergrund etwas an. So, in dieser Tönung. Vielleicht noch etwas heller oder dunkler. Das kann man auch noch mal regulieren. Und wenn das Ganze euch passt, dann macht ihr das Fenster einfach wieder zu. Und ihr seht, ihr habt wunderschöne kleine Blätter im Bild rumfliegen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal.